Wir gehen und sehen uns in den Nachmittag, und wir kommen wieder an den Vorsitzenden. Ich denke, wir haben sehr gut angefangen. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit viele Möglichkeiten. Wir sind dann sicher auch verdient in die Führung gegangen. Wir haben den Match sehr gut gemacht. Wir haben uns sehr gut gemacht. Wir haben viele Anhalte gemacht. Wir konnten uns auf die Gäste gewinnen. Und wir haben uns auf die Kaffee gewonnen. Wir haben zu wenig Tore geschossen. Wir haben zu wenig Tore geschossen. Wir hätten sie höher führen können. Wir haben eine Aktion vom Gegner. Wir kriegen gleich das Tor. Die haben, glaube ich, im ganzen Spiel zweimal auf das Tor geschossen bei uns. Wir haben dann natürlich versucht, nach dem Ausgleich zweiter Halbzeit weiter Druck zu entwickeln. Wir mussten aber auch immer wieder auf Konter aufpassen. Und das Gute war, dass die Mannschaft eigentlich immer daran geglaubt hat, dass wir noch eine Entscheidung herbeizwingen können. Und das war dann auch noch mit den Einmachslungen. Und ich glaube, der Sieg ist sicher verdient. Und ich sage meiner Mannschaft auch immer, ob du die Tore in der ersten Minute schießt oder in der 96. Hauptsache, du schießt sie. Aber grundsätzlich kann man es natürlich ruhiger haben. Das ist auch für die Trainerbank. Wenn der Mannschaft die Mannschaft in der ersten Minute schießt. Aber natürlich wird es besser für die Tore. Und bei der Tore. Und das ist besser für die Tore. Ich gratuliere, Herr Mastarkolo, ein schwieriger Sieg, aber es ist ein verdienter Sieg. Man hätte viel mehr gewinnen sollen. Warum haben Sie dann mit Bruno Savio eine Position, also einen Mittelstürmer gespielt, was die Idee dahinter, obwohl dann an der Bank Hosseim und Scherif bereit waren und man hat gesehen, die hatten nicht viele Spiele in letzter Zeit gehabt, bis sie zum Beispiel mit der Rotation leiden müssen. Ja, das war einfach auch sehr früh, und ich habe eigentlich gedacht, dass mit der Aufscher zusammen eine gute Kombination, darum habe ich ihn von Anfang an davon gebracht. Ja, die sind beide reingekommen. Also Hosseim, der hat noch nicht so viel gespielt, er musste meistens eigentlich auf der Aussenbahn spielen und ja, hat gezeigt, dass er ist natürlich auch das, was mir die Spieler im Training anbieten, was ich sehe, was ich dann beurteilen muss. Und das war jetzt in der letzten Zeit, war das gut, und darum hat er von Anfang an gespielt. Also ist er reingekommen. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich gratuliere, der Sieg dann kam zu spät, aber der kam dann in einer Minute, dann mehr Freude, dann für die Fans. Nächstes Spiel, dann wird gegen Samoha auch ein schwieriges Spiel sein. Ist das Rotieren? Ist das Rotieren, wird immer weiter so mit dir bleiben. Und wann sehen wir Scherif als Haupt-Mittelstürmer, der eines Tages dann Torschützenkönig war in der Meisterschaft? Wann sehen wir ihn dann wieder als Mittelstürmer oder als Stammspieler? Ja, also wenn wir natürlich immer wieder mal rotieren. Wir haben ja viele Spiele, das ist jetzt Dezember, Januar, Februar, März. Also das sind alle drei, vier, fünf Tage sind Spiele. Also das ist wichtig, dass wir natürlich alle bei Laune halten, dass wir schauen, dass jeder Spielrhythmus hat. Und Scherif hat er auch im Zentrum gespielt, hat auch Tore gemacht. Und ich habe aber auch, wir haben ja auch nicht so viele Linksfüßer. Und er hat auch schon auf der Position gespielt. Und ich denke, dass er das auch sehr gut lösen kann. Vielen Dank. ... Vielen Dank.